ja warte sparen jetzt warte 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 jetzt auch auch ich bin ich blind wo ja ich komme mit der ding doch doch soweit leuchten kommen nicht so weit gekommen dass jetzt mit dem links waren kommt treffend der kreis erster kreis weil ich was ich stehe da sind scheiße ich will sagen naja wichtiger ist wo die ganzen spaßig sind hat er wieder dieses hacker dings da oben soll ich ich fahre hinter der feuerwache das ist schon eine tv er kommt einfach sucht sich die west lang kriegte es mehr schalter die hohen und rucksack rucksack nähe leider nicht wir bräuchten aber auch Stinger oder sowas warte ich tue mir nicht in TWS rein warte mal auf TWS ja warte mal die Zuschauer die würden jetzt denken Alder Willow bin ich den TWS und so aber einer hier hackt warte ich zeige ihn auch gleich ja die hacken alle ja die hacken alle äh der Patrick der hackt der hackt auf jeden Fall warte ich hab's ging an zwei die Händler in 9 stehen in der BDW ist die ist geiler dann einfach dass man kein Rucksack hat so leidens Leuchttürk die Hände sollten weil ich da oben bei der Gabe ist doch das wäre egal ob ihr so recht ist wir sind und davon ist das ach der Starte jetzt erst kommt das Ding heraus Wohin? Wohin? Weck hier erstmal, damit... Wir brauchen nur... Wir brauchen feist, äh, lol Der fährt schon wieder mit so einem Raketen-Wix-Teil Ja, ist doch schon egal, jetzt Warte, 500 Meter, den hol ich mir Warte Egal, lass es Der fährt dabei, ey So, Autogeschosse Kannst du hier mitnehmen? Jaja Dann will wir gebrauchen Ich bin mal 36 mitnehmen Mach, ja Alter, wie knapp die hier fliegt, ne? Ich muss irgendein Handy reingehen Hoppla Zoom weg Ich hab einfach, ich hab einfach, äh 32 Ich weiß nicht Soll ich mit dem Helium fliegen, oder? Wo wolltest du jetzt abhauen? Mir ist das egal, ich hab noch nach 50 TWS mit... äh, mit 12 Mal ganz hin, komm mit der Kämpfer, ja warte, ich bin schon anders, ich bin bei den Helis irgendwo Boah Da hab ich den Schuss gehört Digga, lass doch einfach schnell weggehen jetzt Habt ihr so viel Schiss? Ja Da, da, da am Bein Boah, jetzt, wie weit ist das denn? Da, 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 ich hab, ich hab in der Aufnahme jetzt, wie er sich ein Auto spawnt Wie heißt der? Der 500 Meter, komm, hau rein Ja, wie könntest du die Informationen sogar melden, ne? Warte, warte Oh, ist zu wenig, dieses 500 Meter Du Hura Das Auto ist schon mal kaputt Wo ist der? Der, der fliegt, ja Lol, was hat der empfunden Getroffen Aber wir sind getroffen Aber wir sind getroffen Habe ich getroffen Er steht knapp Erst tot Noch mal da Nicht Warte Wow, alter ist das Knapp wie der Spaß fliegt, ey Fliegt Die fliegen alle, so hier rum Na, irgendwie so schlimm 3 so dass mehr die Fahne hatten Spaß dies auch Flo war das ich habe genau gesehen weil sich mehr ist sie wieder in Portet hat die ganze Zeit die auf die Fahne mit so einer Atomrakete rum Antonyta die Atomakete kommt an mit diesen und sie mit dem Atom das ist ein LKW der zu und 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 Nikola nie als er das ist so und es wird es wird von mir der Flieger um hatte man kriegt noch mal jetzt 700 Meter viel zu weit die fliegen aber auch nur die Runden wo Alter wo sind die anderen ich glaube dieser Typ der der keine Ahnung wo die sind ich sehe die Rakete was wo da was ist das da 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 die KT wieder sagt man du bist so ein Schieße ich bin bei den Helis hatte ich für ich füge mit dem K 60 hin wo man die die einfach ist mir scheißegal da oben einmal als die nicht Pilot die Gasstarter ich hab die gesehen da da ist das ein mit den Raketen den habe ich ungefähr hier gesehen da hinten 600 Meter soll du startest oder? ja ich starte nicht schießen nicht schießen nicht schießen ich spiele mit die haben so ein Atomdreck boah warte da da das bist du in der Aufnahme schon sehen da ich glaube ich habe die Akra die es gestartet die sind und auf die Schieße nein der fuck ist das alle hätten sich wieder weg teleportiert die spaß dies soll über dir warte willst du einsteigen? das ist schon noch nicht alter wo? wird auf dich geschossen? nein wir müssen noch alles heiler das ist ja kein Ding mit dem Stinger das ist ja was soll denn damit sein? wir müssen noch nicht gut zur Moral keine Ahnung ich hab alles reingepackt mir egal ja dann soll ich damit wegfahren ja dann soll ich damit wegfahren ja dann soll ich damit wegfahren und kann er geht mehr ich mach mal Kamikaze ne ich mach Kamikaze ich mach Kamikaze auf die Helis oder so ne auf die Jets das fliegen sie ja am meisten ich bin von der viel weg das ist ja ich ich mal ich mach lol eh meine Instrumente sind kaputt ich 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 lebe ich lebe ich nein ich lebe nicht du bist lege abgestürt ich wollte unbedingt ein Dings mitnehmen warte ich hab den Moral hier gepackt das heißt falls die Feuerstation kaputt geht oder so der Bus ist keine Ahnung ich gebe mir einfach so ein ATV hierher ich finde es voll lame, dass sie die ganze Zeit hier mit diesem blöden Dings rumfahren für Jets ich kann man gar nicht runterholen diese Spackos das ist ein Scheiß lol bin ich hier mit so einer Sonne gelandet das ist los nein da die stand da genau was das will ich auch noch den Leuten zeigen das wäre mir so geil hier dieses kleine Teil Pilot Alter dieser Tüter trägt so aus hier so sieht das in 3rd hier können 2 rein ne ja aber nicht doch einer warte mal doch nicht einer als Garn und als Pilot ich schieße auf dich nein auf mich aber nicht ich heb damit ab nein ja versuche es lol lol Körperpflatsch da keiner mehr Meta damit wegkommen meinte da versuche es fertig 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 kaput du Hura kaput du Hura das Ding ist es echt mal so leuchtet zu wollen alter was soll ich machen aber nicht so leuchtet zu wollen irgendwie oh nice aber am richtigen musst du damit so rum fliegen denken schießen sie lol lol das 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 ist das 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 ist es gibt auch ein dmr ist ganz schnell schuss und so wenig oder wenig ja alles klar ja da was da was wenn soll Flo sein da oben ja dann nein da oben ist Flo die fliegen nur mit diesen fucking Jets guck's dir aus lol was ist das denn da da er hat sich wieder was dahin gehackt wo da oben da da ist kaputt ich geh zum spawner da komm steig mit ein hast du alles bei was steig als gerne ein oder so wo bist du hier ok ok mehr loll warte ja was ist das eigentlich da oben ja ist gut warte oder alter mit einem weniger vom warte bleib du hier warte bleib du hier ich habe schon eine idee hast du ihnen aber gegeben dann war so gut da ist er explodiert muss er hier irgendwo jetzt sein da da ruf ist jemand im Fallschirm hol ihn runter wenn du Eier hast und wie aber der ist, der ist wie weit rechts einen habe ich hier 500 Meter tot der beim, äh der beim Ding weiter ist das ist ein Faceshot wirst du denn in der Luft nein alter der ist so ein Schuss voll durch die Fresse ich triff den Spaß nicht wie weit ist denn das? Alter 800 Meter Kronik sagt alter ne, will ich auch nicht kriegen ich habe geschossen man trifft ihn nicht, alter